so hallo alle cookie fällt ja leider verletzungsbedingt aus deswegen kann ich euch jetzt hier nur zusammenschnitte unserer arbeit zeigen wie das führen hier weichen einfach entspanntem menschen folgen ohne dass er groß schieben muss ganz normales anhalten das gleiche an der longe möchte dass die pferde entspannt ihre runden drehen nicht dass sie direkt los rennen kann natürlich passieren wenn man gerade anfängt aber ziel ist entspannt im schritt handwechsel ohne großes los rennen entspannt laufen das gleiche hier mit dem alten folien dusch vorhang einfach folgen nicht versuchen weg zu rennen hinterher rennen neugierig sein um zu entdecken was das wohl sein könnte genau das gleiche wenn es auf dem boden liegt natürlich immer wieder die zeit geben zu untersuchen dann aber so ein bisschen hinweise geben dass wir gerne hätten dass er weiter geht so war nicht sehr geheuer das gleiche natürlich mit den maschinen draußen im radlader haben wir das genauso gemacht auf dem weg beim spazieren gehen hier mit dem trecker gleichzeitig die halle abgezogen dass die maschine von hinten kommt war jetzt nicht so das problem bei ihm man natürlich skeptisch aber kein weg springen kein weg rennen am anfang machen wir das so wie jetzt dass er einfach hinterher läuft und das super finde dass die laute maschine vor ihm wegläuft dann waren wir noch auf dem trail mit ihm das ist schon hier der gute versuch hatte am anfang ein bisschen probleme mit seinen langen beinen die zu koordinieren aber hier bei den stufen hat er das schon sehr gut gemacht wir haben eben das podest gesehen da haben wir mit angefangen um da langsam steigernd die höhen zu überwinden dann waren wir weiter im gelände ja ganz schlimme mülltonne am anfang hat er mal ein zwei schritte zur seite gemacht fand er jetzt nicht so prickelnd aber mit der zeit war auch das klappern egal das rütteln wurde immer neugieriger dass er dann noch mal dahin wollte da oben guckt er jetzt da stehen rinde auf der wieg diese die sind natürlich auch hochinteressant er zuckt zwar innerlich aber bleibt brav dabei versucht nicht zu entkommen auch das hat er dann nach einer weile gut gemeistert wir sind dann weiter spaziert pfützen sind nicht so sein ding oder waren mittlerweile ist es egal wenn ich ihre ausreite ist mir das im prinzip egal ob man fährt durch die pfütze geht wenn es die möglichkeit hat auch trockenen fußes weiter zu gehen machen wir auch aber wenn ich sage ich würde gerne da durchgehen dann sollten sie es machen hier gebe ich im kleinen schubs dann hat man noch die schutzhütte ein wirklich dunkles loch wo am anfang nicht so überzeugt war was er da drin soll aber auch das ging nach ein zwei versuchen natürlich erst wieder rückwärts raus aber dann hat er sich überzeugen lassen auch mal ganz rein zu kommen sich zu drehen ist auch nicht raus geschossen hat das relativ entspannt gemacht die meisten pferde schießen dann raus weil sie raus wollen hier hat er seinen richtigen sattel auf mit den pilonen die ich dann immer da dran binde die dann unwillkürlich da rechts links runter fallen das mache ich so lange bis dass sie das entspannt dulden so wie hier dann haben wir unseren spezial reiter hier der auch immer sehr suspekt ist allein schon beim aufsteigen beim festbinden aber auch das macht er sehr souverän die haltungsnoten ja von dem reiter nicht so erfreulich aber hier das erste aufsteigen erst mal nur das gewicht ertragen in anführungsstrichen aber das bei den meisten pferden nicht das problem weil sie kennen das alles von den piloten und dem teddy dass da oben was rum wackelt und was dran klappert zwar mit den ohren immer alles hinten beim aufsteigen hier geht das schon was entspannter aber immer noch die ohren hinten was möchte die tante da macht aber gut sind wir eine runde gegangen das erste aufsteigen aber auch das kennt er ja von dem teddy und den pilonen dass da rechts und links was unterbarmelt und auch obendrauf sich was bewegt macht das immer ganz gerne dass ich das pferd führe und jemand anders sich drauf setzt hat mir die erfahrung jetzt gezeigt mich kennt er von der bodenarbeit vom spazieren gehen alles ganz normal wenn ich mich jetzt drauf setze mache ich natürlich auch aber dann vermisst er natürlich erst mal die person die ihn führt wird dann eher unsicher so ist das alles entspannter und auf dem alten mann mal hinterher mache ich sonst auch immer alles gut duldet er alles schön entspannt ich gehe dann immer wieder mal immer wieder so frequenzen aufsteigen laufen absteigen ohne reiter ein stückchen gehen man merkt dann meistens wie die pferde dann wieder für paar sekunden entspannen wenn das reiter gewicht weg geht und dann machen wir das so mit öfters hintereinander immer wieder aufsteigen bei schritte gehen absteigen ohne reiter gehen so wie wir das jetzt hier auch zeigen das heißt einfach routine und ganz normal wird für das pferd so auch hier der wieder geführte schon wesentlich entspannter schon fast egal was da oben passiert das sind so die ersten schritte wenn die pferde dann auch das bei uns so lernen gab es da tatsächlich noch nie probleme weil ich mir vorneweg sehr viel zeit nehme die pferde darauf vorzubereiten wie man so schön sagt was vorne länger dauert geht hinten schneller dann einfach die zeit nehmen und nicht so der ist brav zack drauf und los einfach die routine die zählt auch hier jetzt die ersten schritte an der longe war auch nicht wirklich problematisch so dann danach an der longe schon traben die ersten handwechsel wie gesagt ich bevorzuge das zeit bull das kennen sie dann alle schon vom halfter her mit dem ziehen ist gar kein problem hatte ich noch nie problem auch mit nachgeben hier klappt der handwechsel schon wesentlich besser schon im trab trabt ganz entspannt rennt nicht weg dann waren wir auf dem platz das ein bisschen geregnet hatte natürlich überall pfützen fand da wie beim spazieren gehen schon nicht so prickelnd überraschenderweise mal reingegangen dann hat er gemerkt wollte ich eigentlich gar nicht dann stehen da noch die ganzen bunten stangen pilonen cavalletti die alte kutsche mit der plane hinter den büchen steht noch ein pferd auch darum gelaufen ist alles sehr interessant aber nach wenigen runden wurde es dann auch immer besser und da ließ er sich nicht so überzeugen aber auch das hat dann nach zwei drei vier versuchen geklappt dass entspannt durch die pfütze geht ohne dass das große dramatik ist so das ist das letzte video was wir gemacht haben von ihm wo wir dann gesagt haben wir brechen ab er ging dann schon ohne longe im schritt ganz entspannt auch schon im trab ließ er sich dann kontrollieren braucht er nicht viel überzeugung anhalten funktionierte oder funktioniert auch gut hier die hand wechselt im trab engen wendungen auch schon im trab engen wendungen